Es war ein sanfter Regen, der mich bei Tage in dem mitgestrückt bewachsenen Kanal aus meiner Benommenheit erweckte, und als ich auf die Straße stolperte, war keine Spur irgendwelcher Fußstapfen im Schlamm zu sehen. Der Fischgestank war ebenfalls verschwunden. Innsmouths verfallene Dächer und eingestürzte Türme thronten grau im Südosten, doch ich erspähte kein Lebewesen in den trostlosen Salzmarschen der Umgebung. Meine Uhr tickte noch und zeigte mir, daß es Nachmittag war. Die Realität dessen, was ich durchgemacht hatte, lag sehr ungewiß in meinem Bewußtsein, doch ich fühlte, daß etwas Abscheuliches dort drüben im Hintergrund lag. Ich mußte weg von diesem von Bösen überschatteten Innsmouth, und so begann ich, meine verkrampften, müden Glieder in Bewegung zu setzen. Trotz Schwäche, Hunger, Abscheu und Verwirrung fühlte ich mich nach einer geraumen Zeit fähig zu gehen, so daß ich langsam entlang der matschigen Straße nach Rowley losging. Bis zum Abend war ich im Dorf, hatte eine Mahlzeit zu mir genommen und mich mit vorzeigbaren Kleidern ausgestattet. Ich erwischte den Nachzug nach Arkham und hatte am nächsten Tag ein langes und ernstes Gespräch mit Regierungsbeamten dort. Ein Prozeß, den ich später in Boston wiederholte. Die hauptsächlichen Ergebnisse dieser Gespräche sind der Öffentlichkeit verborgen geblieben, und ich wünschte, um der Normalität wegen, daß es nichts weiter zu erzählen gäbe. Vielleicht ist es der Wahnsinn, der mich überkommt, doch vielleicht greift nun ein größerer Schrecken oder ein großes Wunder nach mir. Wie man sich vorstellen kann, gab ich die meisten meine geplanten Ziele für den Rest meiner Reise auf, jenem malerischen, architektonischen und antiquarischen Zeitvertreiber, auf die ich mich so sehr gestützt hatte. Ich wagte es auch nicht, das seltsame Schmuckstück anzusehen, das im Museum der Miskatonic University ausgestellt sein soll. Ich machte jedoch etwas aus meinem Aufenthalt in Arkham, in dem ich einige genealogische Notizen sammelte, für die ich schon lange mich interessiert hatte. Sehr grobe und flüchtige Daten, das ist wohl wahr, doch würden sie mir später nützlich sein können, wenn ich die Zeit hätte, sie zu vergleichen und einzuordnen. Der Kurator des örtlichen Geschichtsvereins, Mr. E. Lappam Peabody, war sehr zuvorkommend in seiner Unterstützung und bekundete ungewöhnlich starkes Interesse, als ich ihm erzählte, daß ich ein Enkel von Eliza Orne aus Arkham sei, die 1867 geboren, James Williamson aus Ohio im Alter von siebzehn Jahren geheiratet hatte. Es schien, daß einer meiner Onkel mütterlicherseits vor vielen Jahren im Rahmen einer ähnlichen Hinuntersuchung dort gewesen war, und daß die Familie meiner Großmutter lokal ein Thema von einiger Merkwürdigkeit war. Es hatte, laut Mr. Peabody, eine rege Debatte um die Hochzeit ihres Vaters Benjamin Orne direkt nach dem Bürgerkrieg gegeben, da insbesondere der Stammbaum der Braut rätselhaft war. Man hielt diese Braut für eine verwaiste Marsh aus New Hampshire, eine Cousine des Essex-County-Marshes, doch war sie in Frankreich großgezogen worden und wußte nur sehr wenig über ihre Familie. Ein Vormund hatte in einer Bostoner Bank Geld hinterlegt, um sie und ihre französische Gouvernante zu unterhalten, doch der Name jenes Vormundes war den Arkhamern nicht bekannt, und er war alsbald nicht mehr aufzufinden, und somit übernahm die Gouvernante diese Rolle per Gerichtsbeschluß. Die Französin, schon lange tot, war sehr schweigsam, und es gab jene, die behaupteten, sie hätte mehr erzählen können, als sie es getan hatte. Doch das Rätselhafteste war, daß niemand fähig war die erfaßten Eltern der jungen Frau, Enoch und Lydia Misserf Marsh, irgendeiner der bekannten Familien von New Hampshire zuzuordnen. Möglicherweise, so wurde suggeriert, war sie die leibliche Tochter irgendeines Marsh von Bekanntheit, und sie hatte immerhin die echten Marschaugen. Das meiste dieses Kopfzerbrechens fand nach ihrem frühen Tode statt, der mit der Geburt meiner Großmutter ihres einzigen Kindes eintrat. Da mich einige unangenehme Eindrücke mit dem Namen Marsch verbanden, fand ich die Neuigkeit, daß er zu meinem eigenen Stammbaum gehörte, gar nicht begrüßenswert, und ich war auch nicht erfreut, als Mr. Peabody andeutete, daß ich selbst die Marschaugen besäße. Ich war jedoch dankbar für die Daten, die sich sicher als werthvoll erweisen würden, und machte reichlich Notizen und Listen von Referenzen bezüglich der gut dokumentierten Orn-Familie. Ich reiste direkt von Boston heim nach Toledo und verbrachte später einen Monat in Mormy, um mich von jenem Martyrium zu erholen. Im September ging ich für mein letztes Studienjahr nach Oberlin und war von da an bis zum nächsten Juli beschäftigt mit dem Studium und anderen erbaulichen Aktivitäten, an den vergangenen Schrecken nur durch gelegentliche Besuche von Regierungsbeamten erinnert, die in Verbindung mit der Kampagne, die meine Gesuche und Beweise losgetreten hatten, beschäftigt. Etwa Mitte Juli, nur ein Jahr nach den Erlebnissen in Innsmouth, verbrachte ich eine Woche bei der Familie meiner verstorbenen Mutter in Cleveland, und verglich einige meiner neuen genealogischen Daten mit den verschiedenen Aufzeichnungen, Überlieferungen und Erbstücken dort, um zu sehen, was ich für eine Verbindungskarte erstellen konnte. Ich fand an dieser Arbeit nicht gerade großen Gefallen, denn die Atmosphäre des Williamson-Hauses hatte etwas Deprimierendes für mich. Es lastete dort ein morbider Druck auf allem, und meine Mutter hatte Besuche bei ihren Eltern in meiner Kindheit nie angeregt, obwohl sie ihrem Vater immer willkommen geheißen hatte, wenn er in Toledo war. Meine in Arkham geborene Großmutter war mir immer merkwürdig und fast furchterregend vorgekommen, und ich glaube, ich habe nicht getrauert, als sie verschwand. Ich war damals acht Jahre alt, und man hatte sich erzählt, daß sie in Trauer um den Selbstmord meines Onkels Douglas, ihres ältesten Sohnes, davongezogen war. Er hatte sich nach einer Reise nach Neuengland erschossen, zweifellos dieselbe Reise, durch die man sich beim Geschichtsverein von Arkham an ihn erinnerte. Dieser Onkel hatte ihr ähnlich gesehen, und ich hatte ihn ebenfalls nie gemocht. Irgend etwas an beider starrem, unverwandten Blick hatte in mir vages, unerklärliches Unbehagen verursacht. Meine Mutter und Onkel Walter hatten nicht so ausgesehen. Sie waren nach ihrem Vater gekommen, obwohl der arme Cousin Laurence, Walters Sohn, fast ein perfektes Duplikat seiner Großmutter gewesen war, bis ihn seine Krankheit in die permanente Abschottung einer Nervenklinik in Canton gezwungen hatte. Ich hatte ihn vier Jahre lang nicht gesehen, doch mein Onkel hatte einmal angedeutet, daß sein Zustand geistig wie körperlich sehr schlecht war. Diese Sorge war vermutlich die Ursache für den Tod seiner Mutter, zwei Jahre zuvor. Der Cleveland-Haushalt bestand nun aus meinem Großvater und seinem verwitweten Sohn Walter, doch die Erinnerung an frühere Zeiten hing schwer über ihn. Ich mochte den Ort nach wie vor nicht und versuchte, meine Nachforschungen so schnell wie möglich zu erledigen. Die Williamson Aufzeichnungen und Überlieferungen wurden in großer Zahl durch meinen Großvater bereitgestellt, doch für Material zu den Orns mußte ich mich auf meinen Onkel Walter verlassen, der mir den Inhalt all seiner Akten, inkl. Notizen, Briefen, Zeitungsausschnitten, Erbstücken, Fotos und Miniaturen zur Verfügung stellte. Es war, während ich durch die Briefe auf der Ornseite ging, als ich begann, eine Art Furcht vor meiner eigenen Abstammung zu entwickeln. Wie gesagt, hatten meine Großmutter und Onkel Douglas mich schon immer beunruhigt. Nun, Jahre nach ihrem Tod blickte ich auf ihre Gesichter in Bildern mit einem spürbar stärkeren Gefühl der Abneigung und Befremdung. Ich konnte die Veränderung zunächst nicht nachvollziehen, doch allmählich begann sich meinem Unterbewußtsein eine Art fürchterlicher Vergleich aufzudrängen, obwohl sich mein Verstand ganz selbst gegen den kleinsten Gedanken daran sträubte. Es war klar, daß der typische Ausdruck auf diesen Gesichtern mir etwas andeutete, das er vorher nicht angedeutet hatte, etwas, das in mir nackte Panik hervorbringen würde, wenn ich zu offen daran lächte. Doch den schlimmsten Schock erfuhr ich, als mein Onkel mir den Ornschmuck in einem Bankschließfach in der Stadt zeigte. Einige der Gegenstände waren schon zart und inspirierend genug, doch da war ein Kasten mit merkwürdigen alten Stücken, die von meiner mysteriösen Urgroßmutter stammten, die mein Onkel fast zögerlich vorzeigte. Sie waren, so sagte er, von groteskem, fast widerlichem Aussehen und waren nach seinem Wissen nie öffentlich getragen worden, obwohl meine Großmutter sie gerne angeschaut hatte. Die fuße Legenden um Unglück rankten sich darum, und die französische Gouvernante meiner Urgroßmutter hatte gesagt, daß man sie in Neuengland nicht tragen sollte, obwohl man sie ohne weiteres in Europa anlegen könne. Als mein Onkel langsam und widerwillig begann, die Stücke auszuwickeln, bat er mich, nicht schockiert zu sein ob der Fremdartigkeit und häufigen Häßlichkeit der Formen. Die Handwerkskunst war von Künstlern und Archäologen als überragend und exquisit exotisch beurteilt worden, doch niemand konnte das genaue Material bestimmen oder sie irgendeiner speziellen Kunsttradition zuordnen. Da waren zwei Amulette, eine Tiara und eine Art Pektorale, welches im Hochrelief diverse Figuren von nicht auszuhaltender Extravaganz darstellte. Während dieser Beschreibung hielt ich meine Emotionen fest im Zaum, doch muß mein Gesicht meine wachsende Furcht verraten haben. Mein Onkel schaute betroffen und hielt im Augenwinkel inne, um meine Miene zu studieren. Ich gab ihm ein Zeichen, fortzufahren, und er tat dies noch zögerlicher als zuvor. Er schien irgendeinen Protest zu erwarten, doch ich bezweifle, daß er mit dem, was nun wirklich passierte, gerechnet hatte. Ich hatte damit auch nicht gerechnet, denn ich dachte, ich sei sorgfältig vorgewarnt, wie der Schmuck aussehen würde. Ich fiel lediglich leise in Ohnmacht, wie ich es im Jahr zuvor in dem von Sträuchern überwucherten Bahnkanal tat. Seit diesem Tag ist mein Leben ein Albtraum voller Grübelei und Sorge, und ich weiß auch nicht, was davon gräßliche Wahrheit ist und was Wahnsinn. Meine Urgroßmutter war eine Marsch unbekannter Herkunft, deren Ehemann in Arkham lebte, und hatte nicht der alte Sadoc erzählt, daß die Tochter von Orbitmarsh und einer abscheulichen Mutter durch einen Trick an einen Mann aus Arkham verheiratet wurde? Was war es, daß der alte Säufer über die Ähnlichkeit meiner Augen zu denen von Käpt'n Obed gemurmelt hatte? Auch in Arkham hatte der Kurator mir erzählt, ich hätte die echten Marschaugen. War Orbitmarsh mein leibhaftiger Ururgroßvater? Wer oder was war dann meine Ururgroßmutter? Doch vielleicht war all dies Wahnsinn! Jene weißgoldenen Ornamente könnten auch leicht durch den Vater meiner Urgroßmutter, wer immer er war, von einem Seemann aus Innsmouth gekauft worden sein. Und der Blick in den starräugigen Gesichtern meiner Großmutter und dem Onkel, der den Freitod gewählt hatte, könnten bloße Einbildung meinerseits sein. Bloße Einbildung, bestärkt durch den Schatten von Innsmouth, der meine Vorstellungskraft so dunkel färbte. Doch warum hatte mein Onkel sich umgebracht nach einer Untersuchung seiner Vorfahren in Neuengland? Für mehr als zwei Jahre wehrte ich diese Betrachtungen mit mäßigem Erfolg ab. Mein Vater beschaffte mir eine Position in einem Versicherungsbüro, und ich vergrub mich so tief wie möglich in Routine. Im Winter von 1931 jedoch begannen die Träume. Sie waren anfangs spärlich und schleichend, doch erhöhte sich ihre Häufigkeit und Klarheit, während die Wochen vergingen. Große, feuchte Orte eröffneten sich mir, und ich schien durch gigantische, versunkene Säulenhallen zu schreiten und durch Labyrinthe aus Seegras bewachsenen, zyklopischen Wänden mit grotesken Fischen als Begleitern. Dann tauchten die anderen Gestalten auf und erfüllten mich mit namenlosen Schrecken im Moment meines Erwachens. Doch in meinen Träumen schockierten sie mich überhaupt nicht. Ich war eins mit ihnen, trug ihren unmenschlichen Putz, schritt auf ihren wässrigen Wegen und betete ungeheuerlich in ihren bösen Tempeln am Meeresgrund. Da war viel mehr, als meine Erinnerung zuließ, doch selbst das, dessen ich mich morgens erinnern konnte, wäre genug, um mich als Verrückten abzustempeln oder als Genie, wenn ich es gewagt hätte, sie aufzuschreiben. Ich fühlte, daß ein fürchterlicher Einfluß nach und nach versuchte, mich aus meiner normalen Welt erbaulichen Lebens in unnennbare Abgründe voll Schwärze und Fremdartigkeit zu ziehen, und der Prozeß hinterließ schlimme Spuren an mir. Meine Gesundheit und mein Aussehen litten immer schwerer, bis ich letztendlich gezwungen war, meinen Posten aufzugeben und das stationäre, abgeschiedene Leben eines Pflegefalls anzunehmen. Ein seltsames Nervenleiden hatte mich in seinem Griff, und ich fand, daß es mir manchmal unmöglich war, die Augen zu schließen. Es war zu dieser Zeit, daß ich begann, mit wachsender Sorge den Spiegel zu studieren. Die schleichende Verheerung der Krankheit ist nicht angenehm zu beobachten, doch in meinem Fall lag etwas Subtileres und Rätselhafteres darin. Mein Vater schien es ebenfalls zu bemerken, denn er begann, mich neugierig und fast mit Schrecken anzuschauen. Was ging in mir vor? Konnte es sein, daß ich anfing, meine Großmutter und Onkel Douglas ähnlich zu sehen? Eines Nachts hatte ich einen unheimlichen Traum, indem ich meine Großmutter unter dem Meer traf. Sie lebte in einem phosphoreszierenden Palast mit vielen Terrassen und Gärten von seltsamen, absonderlichen Korallen und grotesken, verzweigten Ausblühungen und hieß mich mit einer Wärme Willkommen, der vielleicht auch Sufisanz inne wohnte. Sie hatte sich verändert, wie diejenigen, die es zum Wasser zu sich zieht, sich verändern, und hatte mir erzählt, daß sie nie gestorben sei. Vielmehr war sie an einem Ort gezogen, von dem ihr Sohn ebenfalls erfahren hatte und entflohen in ein Reich, dessen Wunder ihm ebenfalls bestimmt er mit einer rauchenden Pistole verschmäht hatte. Dies sollte ebenfalls mein Reich sein. Ich konnte dem nicht entkommen. Ich würde nie sterben, sondern mit denen zusammenleben, die schon lebten, bevor je ein Mensch auf Erden schritt. Ich traf auch auf das, was ihre Großmutter gewesen war. Achtzigtausend Jahre lang hatte Ptaya Li Yantlai gelebt, und dorthin war sie nach dem Tode von Obitmarsch zurückgekehrt. Yantlai war nicht zerstört worden, als die Menschen von der oberen Erde tot in die See feuerten. Es wurde beschädigt, aber nicht zerstört. Die tiefen Wesen können niemals zerstört werden, auch wenn die paläogene Magie der vergessenen großen Alten ihnen manchmal Einhalt gebot. Im Augenblick würden sie ruhen, doch eines Tages, wenn sie sich entsinnen, würden sie sich erheben zum Tribut, den der große Cthulhu verlangte. Es würde beim nächsten Mal eine Stadt größer als Innsmouth sein. Sie hatten geplant, sich auszubreiten, und hatten heraufgebracht, was ihnen dabei half. Doch nun mußten sie wieder warten. Weil ich die Menschen der oberen Erde mit ihrem Tod brachte, muß ich Buße tun, doch die wird nicht schwer sein. Dies war der Traum, in dem ich zum ersten Mal einen Showgott sah, und jener Anblick ließ mich hellwach aufschrecken, in einer Raserei aus Schreien. An jenem Morgen sagte mir der Spiegel endgültig, daß ich das Innsmouth-Aussehen angenommen hatte. Bis jetzt habe ich mich noch nicht erschossen, wie es mein Onkel Douglas getan hat. Ich habe eine halbautomatische Pistole gekauft und beinahe den Schritt getan, doch gewisse Träume brachten mich davon ab. Die angespannten Extreme des Schreckens lassen nach, und ich fühle mich seltsam hingezogen zu den unbekannten Tiefen, anstatt sie zu fürchten. Ich höre und tue merkwürdige Dinge im Schlaf, erwache mit einer Art Hochgefühl, anstatt im Schrecken. Ich glaube nicht, daß ich die komplette Veränderung abwarten muß, wie die meisten sie erwartet haben. Wenn ich es täte, würde mich mein Vater vermutlich in eine Nervenklinik sperren, so wie mein armer kleiner Cousin eingesperrt ist. Gewaltige und ungekannte Pracht erwartet mich dort unten, und ich werde sie bald suchen. »La Rellier, Cthulhu, Stacan, ja, ja, nein, ich werde mich nicht erschießen. Man kann mich nicht dazu bringen, mich zu erschießen. Ich werde die Flucht meines Cousins aus jenem Irrenhaus in Canton planen, und zusammen werden wir ins von Wundern überschattete Innsmouth gehen. Wir werden zu dem unheimlichen Riff hinausschwimmen und den schwarzen Abgrund ins Zyklopische und Säulengesäumte Jahn-Lai hinabtauchen, und im Versteck der tiefen Wesen werden wir inmitten von Wunder und Pracht verweilen, bis in alle Ewigkeit.« E.A.P.O.P.Dunctions »